Herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme und mit Shadow and Bone Legenden der Grisha erscheint am 23. April eine neue Serie auf Netflix. Nicht irgendeine Serie, sondern eine Fantasy-Serie, die auf ein paar sehr berühmten Fantasy-Büchern mit dem gleichen Titel Shadow and Bone Legenden der Grisha basieren, die sich Netflix auch sehr viel hat kosten lassen, was passt denn, so wie ich mitbekommen habe, erwarten viele Fans diese Serie tatsächlich. Und kurz zu diesem Video, hier wird es jetzt keine Spoiler geben, irgendwie zu Shadow and Bone und ich habe die Bücher nicht gelesen. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie erwartet, dass ich einen großen Buchvergleich anstelle oder sagen kann, von wegen für Buchleser eignet sich die Serie so und so, kann ich leider nicht. Ich kann nur meine Einschätzung eingeben von dem Gefühl, was ich bekommen habe nach diesen acht Folgen der ersten Staffel, als jemand, der die Staffel wirklich alleinstehend für sich betrachtet. Und um es direkt mal vorweg zu schicken, Shadow and Bone ist jetzt nicht unbedingt das Genre oder die Serie, wo ich sage, yo, da habe ich jetzt richtig viel Bock drauf. Also ob ich es mir jetzt privat angeguckt hätte, weiß ich nicht so genau, denn es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Jugendroman-Fantasy und die können teilweise schon sehr, sehr, sehr ähnlich sein. Es gibt ja dafür einen riesengroßen Markt, was ja auch total toll ist für die Fans und so weiter. Mir fällt es persönlich da immer sehr schön, mich so durchzublicken, was davon ist denn jetzt gut und was nicht. Und grundsätzlich von der Prämisse ist auch Shadow and Bone, jetzt erstmal vom ganz Grundsatz her gesehen, da nicht sonderlich innovativ oder anders. Da geht es um die junge Alina Starkov, die in einer fantastischen Welt lebt, die von Krieg zerrissen ist. Diese Welt ist hier sehr stark angelehnt an das alte Russland oder auch China und so weiter. Und dort wird ziemlich viel Krieg untereinander geführt und in dieser Welt existieren auch die sogenannten Griecher. Das sind Menschen und das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, nicht sauer sein, liebe Buchleser, ganz platt, die im Prinzip Superkräfte haben. Also die können so Avatar The Last Airbender mäßig auch Elemente beschwören, teilweise wie Wind und Feuer, jeder zu seiner eigenen Macht irgendwie. Aber manche können dann zum Beispiel auch mit dem Herz eines anderen spielen und so. Und vor einiger Zeit ist in dieser Welt ein sogenannter Schattenflur entstanden, eine undurchdringbare Wand aus düstersten Wolken, wo viele Monster drinnen leben. Und das hat diese ganze Welt noch mehr geteilt und Alina Starkov ist eigentlich nur eine Kartenzeichnerin in der Armee, findet aber relativ schnell heraus, dass auch sie eine Griecher ist und zwar nicht irgendeine. Sie ist der sogenannte Sun-Summoner, damit eine ganz besondere, fast Messias-artige Figur in diesem Universum. Und ihr wird sozusagen die Aufgabe auferlegt, diesen Schattenflur zu beseitigen. Gleichzeitig darf sie dabei aber nicht ihre Identität und ihre Freunde verlieren. Das heißt, auch hier haben wir so ein bisschen diese typische Prämisse einer Heldin oder eines Helden, die auserwählt sind, die was Besonderes sind, in einer sehr magiebehafteten Welt, Licht gegen Dunkel und so all diese typischen Versatzstücke von Fantasy. Ich muss aber sagen, dass mir Shadow and Bone gerade in den ersten Folgen erstaunlich gut gefallen hat. Und das hat einige Gründe tatsächlich. Zum einen will ich hier die sehr, sehr interessante Welt loben, die zum einen, wie gesagt, angelehnt ist an unsere reale Welt, zumindest was so Fraktionen angeht. Wie gesagt, ein Teil des Landes richtet sich mehr nach Russland, ein anderer mehr nach China, ein anderer Teil so ein bisschen mehr nach England und so weiter. Und das bietet allein optisch schon mal sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten. Aber tatsächlich auch inhaltlich spielt Shadow and Bone sehr viel mit Rassismus und Vorurteilen. Das geht tatsächlich deutlich mehr in die Tiefe, als ich gedacht habe. Zum Beispiel unsere Hauptprotagonistin Alina Starkhoff ist eine Asiatin. Damit ist sie in dem Universum eine Shoe. Und ihr wird allein nur wegen ihrer Hautfarbe und ihrem Gesicht unheimlich viel negative Emotionen entgegengebracht. An sich taucht es in der Serie auch öfters auf, dass Figuren mit anderer Hautfarbe oder anderer Herkunft sehr schnell sich mit Vorurteilen konfrontiert sehen müssen und diese überwinden müssen. Und das macht Shadow and Bone insgesamt sehr, sehr spannend. Da geht es dann teilweise auch um die eigene Sexualität und die Herkunft und so. Und damit zeichnet die Serie ein sehr interessantes Weltbild insgesamt. Ein mit Vorurteilen durchzogenes Weltbild. Eben auch durchzogen wie mit diesem Schattenflur. Und das geht organisch sehr, sehr gut auf. Und so spielt die Serie eben auch mit Klischees relativ gut. Für mich gibt es bei Fantasy da vielleicht so zwei Wege, um es ganz, ganz, ganz doll runterzubrechen. Entweder hat eine Fantasy-Geschichte all diese Fantasy-Klischees drin, nur um Häkchen abzuhaken, weil das eben drin sein muss und es passt überhaupt nicht in die Welt. Oder die Klischees ergeben sich aus den Figuren, ergeben sich aus der Welt und sind deswegen nachvollziehbarer und packender. Und so ist es tatsächlich bei Shadow and Bone. Also die gesamte Welt in den ersten vier Folgen, wie sie hier erklärt wird, ist sehr, sehr komplex, würde ich behaupten. Aber die Serie bringt sie dir als Zuschauer sehr, sehr gut nahe, wenn du sie noch nicht kennst. Das heißt, du wirst jetzt nicht ständig mit riesigen Expositionsdamps irgendwie konfrontiert und hörst eigentlich nur Leute darüber reden, wie diese Welt funktioniert. Sondern die ganze Welt wird dir nebensächlich, nebenbei bei der Story so an dich herangetragen und in ihren Facetten präsentiert. Das macht die Serie sehr, sehr gut. Ich habe nie das Gefühl gehabt, die Orientierung zu verlieren als Zuschauer. Und habe mich trotzdem sehr interessiert daran gesehen, wie diese Welt sich entwickelt und wie sie aufgebaut ist. Was auch gut funktioniert, sind die Hauptfiguren. Alina Starkhoff gespielt von Jessie Miley, die kannte ich jetzt vorher noch nicht. Und Mel gespielt von Archie Renaud. Das sind jetzt noch relativ unbekannte junge Gesichter, aber die bringen eine sehr, sehr große Intensität in ihren Rollen rüber, würde ich sagen. Also natürlich gibt es auch hier eine Liebesgeschichte. Natürlich gibt es auch in diesem Universum ein Liebesdreieck und so weiter. Und der Romanzenaspekt ist auch der, der mich am schnellsten Mal stört. Nicht, weil ich ein unromantischer Mensch bin, sondern weil ich das oft tatsächlich sehr forciert finde. Das ist genau einer von diesen Punkten, der muss halt in so einer Geschichte drin sein, auch in der passt oder nicht. Und obwohl das Liebesdreieck hier in meinen Augen nicht so gut funktioniert, die grundsätzliche Beziehung zwischen unseren Hauptfiguren, zwischen Alina und Mel, allein auch auf einer freundschaftlichen Basis, die Verbindung, die die beiden spüren, ist sehr, sehr stark und kommt auch sehr, sehr gut rüber. Also es ist ein sehr präsenter Storypunkt, die Verbindung zwischen diesen beiden, der auch viel Story antreibt. Und wenn der nicht funktioniert hätte, dann wäre ich nicht investiert gewesen. Aber weil der so gut funktioniert, auch wegen den Schauspielern, hängt man sich sehr schnell an diese Figuren dran und fiebert auch mit ihnen mit. Jetzt ist es aber so, soweit ich weiß, dass diese ersten acht Folgen nicht nur das erste Buch sozusagen verfilmen, sondern sich auch noch von anderen Büchern so ein bisschen was rausnehmen. Es gibt noch zwei andere Bücher, neben der Haupttrilogie, so wie ich es verstanden habe, die auch in der Welt spielen, aber nichts mit der Story Malina Starkov zu tun haben. Und auch die tauchen hier auf. Also es gibt noch drei weitere Protagonisten eigentlich, die an einem anderen Teil der Welt so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen. Und diese Plots werden dann mit der Zeit so ein bisschen verknüpft. Und hier komme ich jetzt zu so ein paar Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und das ist interessanterweise das Pacing. Obwohl ich in den ersten vier Folgen, die nehme ich immer exemplarisch raus, weil die grooven dich so ein bisschen in diese Welt ein, sehr lobe, dass die mit einem guten Pacing einerseits die Figuren und die Welt so unheimlich gelungen rüberbringen, sind gerade die letzten vier Episoden sehr, sehr, sehr plot-heavy. Also hier passiert unheimlich viel. Und in meinen Augen lädt sich die Serie im Laufe der Zeit auch viel zu viele Storylines auf, um noch vernünftig zu funktionieren. Dann gibt es in einer Episode auf einmal direkt mal zwei Twists. Oder es gibt neue Beziehungen, die direkt wieder aufgelöst werden. Und das passiert alles ab einem gewissen Punkt unfassbar schnell. Es gibt hier unheimlich viele Plotlines. Und die Plotlines machen auch im großen Kontext alle Sinn und bauen gut aufeinander auf. Aber irgendwann kommt so ein Wust an neuen Plotlines obendrauf, dass es gar keine Zeit mehr gibt, die Hauptgeschichte voranzuführen. Und ich fand die Geschichte um die Crows, so heißt diese andere Gruppe, auch sehr interessant. Und die hat mir gut gefallen. Die Schauspieler waren auch cool. Aber letztendlich verknüpfen sich die Geschichten nicht so gut. Sodass eigentlich hier in den letzten paar Episoden mehrere Plotlines eher miteinander konkurrieren, als sich irgendwie zu unterstützen. Das fand ich ein bisschen schade. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist der Gewaltgrad der Sendung, der erstaunlich hoch ist. Gerade für eine Serie, die doch recht viele Jugendbuch-Vibes irgendwie mit sich bringt, würde ich sagen. Hier werden Köpfe abgehackt. Hier sieht man Kopfschüsse. Hier werden Menschen zerteilt. Also die Serie schreckt ja echt nicht davor zurück. Und ich fand das gut. Es ist nicht so, dass die Gewalt, die nur dazu da ist, irgendwie Gewalt zu zeigen. Sondern mit dem Hintergrund des Krieges und dieser auch kriegerischen Aspekte und politischen Aspekte in dieser Serie, schafft es die Serie durch die Gewalt tatsächlich einige Action-Szenen und auch Momente sehr intensiv zu formen. Also auch die Action-Szenen sind gut gelungen. Und das hat mich überrascht. Aber ich finde, da sollte man schon zu sagen, das ist jetzt nichts für jüngere Zuschauer. Die sollten nicht unbedingt sehen, wie mehreren Leuten die Köpfe abgeschlagen werden. Und das Ganze wird halt dargestellt in einer Aufmachung, die wirklich absolut atemberaubend ist. Also die Serie hat viel Geld hinter sich. Die Serie ist in manchen Bezügen absolut filmreif. Gerade Ausstattungs-Settings sehen toll aus. Die Welt ist unheimlich immersiv. Es macht Spaß, da drin einzutauchen. Wirkt nie billig. Also hat sich Netflix ja einiges kosten lassen. So ist es letztendlich eigentlich nur der Plot, der mich nicht vom Grundsatz her stört, sondern seine Erzählweise im Laufe der Serie so ein bisschen enttäuscht hat. Denn es gibt neben den ganzen Hauptplotlines auch noch sehr, sehr viele Motive und Symbolik drin, die ich sehr interessant fand. Beispielsweise wird dieses ganze Griecher-Ding dieser Menschen mit ihren übernatürlichen Kräften tatsächlich auch in den religiösen Kontext gesetzt. Und unsere Hauptprotagonistin wird sogar irgendwann in den Messias-Kontext gesetzt. Was unheimlich spannend ist, aber unheimlich viele Implikationen mit sich trägt. Auch politisch mit verschiedenen Splittergruppen in dieser Welt und so weiter gibt es hier ganz viel interessantes Futter. All das wird aber im Laufe der Zeit immer mehr fallen gelassen und teilweise auch zu gar keiner Auflösung geführt. Es gibt hier manchmal Charaktermotivationen am Anfang der Sendung, die erfahren einfach keine Auflösung. Und das ist ein bisschen schade. Das liegt daran, weil die Serie eben vor allem ab Folge 5 so unfassbar viele zusätzliche Plots hat. Darunter zum Beispiel ein C-Plot um eine Griecher, die gefangen genommen wird, der sich überhaupt nicht mit der Hauptstory groß verknüpft, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum bist du hier? Du nimmst tatsächlich Zeit von der Uhr. Und auch in diesem C-Plot gibt es dann zum Beispiel einen Romantik-Plot, der mir sehr negativ aufgefallen ist, weil ich ihn sehr forciert fand. All die anderen Romanzen funktionieren ganz gut. Mal mehr, mal weniger, aber die Figuren funktionieren halt. Deswegen ist das okay. Das war so das Paradebeispiel dieser C-Plot für mich, wo ich gesagt habe, du nimmst nur unnötig Zeit von der Uhr, dabei haben wir doch so wenig Zeit. Deswegen würde ich Shadow and Bone Legenden der Griecher als Nicht-Buchleser 6,5 von 10 Punkten geben. Mir würde es auf jeden Fall eine Season 2 geben, denn die Serie endet auch auf einem gehörigen Cliffhanger. Und es gibt einfach noch so viele Plotlines, die ausgeführt werden müssen oder weitergeführt werden müssen. Das ist der große negative Punkt, den ich an dieser Serie für mich gesehen habe. Denn abseits von der viel zu voll gestopften Erzählung, das ist es letztendlich, ist das eine wirklich deutlich bessere Serie, als ich das gedacht habe. Ich bin nicht direkt ein großer Fan von diesen Fantasy-Young-Adult-Novels irgendwie. Ich habe da vielleicht auch hier und da ein bisschen meine Vorurteile. Und es ist nicht so, dass Shadow and Bone irgendwie mit Klischees oder Normen bricht. Das ist schon, das hat schon viele Fantasy-Klischees ab. Aber die Serie ist wirklich, erstmal ist sie gut inszeniert und von der Ausstattung sehr, sehr gut. Und die Serie schafft es, die Figuren und die grundsätzliche Prämisse und die Welt, die als Zuschauer so gelungen nahe zu bringen, dass ich sehr, sehr schnell sehr investiert war. Deswegen finde ich es ja auch so schade, dass ich am Ende der Serie so leicht unbefriedigt war. Weil Höhepunkt und so weiter ist zwar alles gut, aber es gibt halt so viele Plotlines, die ich vertiefter gern gesehen habe und es gibt einige Plotlines, die man sich hätte sparen können. Also so ein bisschen vom Narrativ her, von der Erzählweise, struggelt die Serie für mich an manchen Punkten. Abgesehen davon freue ich mich auf eine zweite Staffel und würde sie auch grundsätzlich jedem empfehlen. Fans der Bücher sowieso, aber auch grundsätzlich Leute, die mit Fantasy was anfangen können. Und ja, was mich sehr interessieren würde, wie hat man als Buchleser diese Serie empfunden? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Den Vergleich habe ich jetzt letztendlich ja nicht. Macht die Serie das gut? Macht sie es besser? Vergisst sie manche Dinge? Schreibt das gerne in die Comments, würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und auch sonst, wenn euch das Video gefallen hat, Like, Subscribe gerne. Das würde mich sehr, sehr freuen. Hilft dem Channel immer weiter. Dann würde ich euch ein schönes Streamingbuch nennen mit Shadow and Bone, Legenden der Griecher. Und sage Ade. Ich lasse mir nicht. Musik 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 Vielen Dank.